Der milde Ringauer Boxhorn-Klee-Käse ist einer der Favoriten im Sortiment. Der rote Ringelberger? Oder soll es doch lieber der kräftig Bio-Beuneburger sein? Oder Spezialitäten mit Pfeffer, Bärlauch, Paprika oder Käse naturell? Alle tragen das Logo der Beuneburg auf der Verpackung. Gekauft werden können Sie im Käseladen der Ringauer Landkäserei in Ringau-Grandenborn. Und am Käsewurstverkaufswagen, der die Wochenmärkte in Eschwege mittwochs und samstags und Gotha donnerstags sowie Kassel freitags vor dem Möbelhaus Finke anfährt. Der Käsewurstverkaufswagen wird zusammen mit dem benachbarten Teichhof betrieben. Alle, die dieses Milchprodukt auf ihrem Speiseplan mögen, können sich in der Schaukäserei über den Werdegang des Käses informieren. Der Theorie, dem Zuschauen hinter Glas, folgt alsbald die Praxis im Vortrags- und Verkostungsraum. Die Grandenborner und die Mitarbeiter und Beschäftigten der Ringauer Landkäserei sind überzeugt. Ihre Landschaft zwischen dem Hohen Meißner und dem Thüringer Wald kann man schmecken.